Ich komme zu einem kleinen Kurzfilm wieder. Nach ein paar Tagen habe ich hier fast gar nichts mehr mit der Kamera gemacht. Bin halt auch nicht mal mit der Kamera ein bisschen rumgeswitcht. Ja, heute mache ich halt wieder weiter. Als schönen kleinen Kurzfilm. Für den Cosplay-Fahrer. Irgendwann mal wieder. Ja, und dann halt war der Kurzfilm mit Snap geschlossen und... Ja, und nach langer Zeit habe ich jetzt halt keine Kurzfilme mehr gemacht. Aber das wird mal wieder ein Kurzfilm, ja. Und wir werden mal gucken, was man Stake gerade so macht. Ja, ganz normal ist noch alles gut. Der Radleiter hier, der könnte schon mal ins Silo fahren. Das hier alles, das ganze Hexengut. Da kann schon mal alles ins Silo fahren. Na gut. Na gut. Schon mal... Zack. Nach vorne und abladen. Ruf hinzah. Ach, hier ist aber so ein Mähdresch. Ich weiß, dass ich mal hier hingestellt habe. Das ist genug Hexengut für heute. Ich glaube, jetzt fahren wir erstmal mit dem Drescher hier ein bisschen Mais an. Ein bisschen Maiskolben. Noch ein bisschen Mais an Träger ernten. Und die Maschine anschalten. Dann lassen wir das ganz schön abgeschlossen, dass wir noch ein bisschen Mais zusammenkriegen. Ein bisschen Mais halt. Maiskolben haben wir jetzt echt lang nicht mehr gehabt. Maiskolben. Was kommt denn da noch eigentlich ein langjähriges Produkt von uns, das wir nicht lange nicht mehr gemacht haben. So Leute, wenn euch der Kurzfilm gefallen hat und ihr Mähl kurz vor mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Also, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr machen. Und dann drücken wir uns auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr von meinem Kanal verpasst. Und ja... Also, wenn wir den Drescher ein bisschen zu fahren, das ist halt nicht die Hauptsache von uns. Das müssen wir nicht immer gerne machen, aber schon machen wir so ein bisschen gerne. Ich glaube, hier können wir mal mit dem Harfester an den Rad fahren. Das ist halt meine Ziele und manchmal gleich den Baum hier enden. Aber hier können wir eigentlich schon sehen. Oh! Uh... Oh! Das sind alle Signal-Wine-Bomb-Fitab. Das ist vielleicht ein Ungerlefremkern. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! 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 Gut, das wars eigentlich schon mit dem Baum hier. Mit dem höre ich eigentlich, dass ich gerne den Motor von dem hier, mit unserem Buffalo und der Traktor vertreibt ja nur den Flau. Da war mal lieber der Silofotera HD, ja nicht, dass der hier noch Mehrstoff veranstaltet, weil irgendwie wird es sonst nicht. Ja, halt ein bisschen besser wäre es, wenn wir hier erstmal zum Maisfeld wieder hinfahren und erstmal den Hänger wieder zum Häcksler abliefern. Ja, aber das erkläre ich euch alles im nächsten Video. Tschüss!